Unser NRW-Finanzminister muss jetzt handeln. Er muss dafür sorgen, dass die Grundsteuerwertbescheide, die in den nächsten Tagen und Wochen massenhaft erlassen werden, mit einem Vorläufigkeitsvermarkt versehnt werden. Die Vorläufigkeit hätte viele Vorteile. Zum einen würde man den Finanzämtern eine Einspruchswelle ersparen, die ansonsten unweigerlich kommen würde, weil viele bürgerverfassungsrechtliche Bedenken gegen die neue Grundsteuer haben. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt. Dass dadurch natürlich die Finanzverwaltung entlastet wird, aber auch die Steuerberater entlastet werden, die im Moment viele andere Aufgaben haben. Und der dritte Punkt ist, dass eben auch alle Bürger die Rechtssicherheit bekämen, auch die, die jetzt zunächst keinen Einspruch gegen die Grundsteuerwertbescheide erheben. Als bunter Steuerzahler bringen wir gemeinsam mit Haus und Grund verschiedene Musterverfahren gegen das sogenannte Bundesmodell bei der Grundsteuer auf den Weg. Es wird realistischerweise einige Jahre dauern, bis die gerichtliche Klärung abschließend erfolgt ist. Und gerade deshalb wäre es eben so wichtig, dass die Bescheide jetzt vorläufig ergehen. Wir fordern das nicht alleine. Wir haben ganz starke Partner an unserer Seite. Ein bemerkenswert breites Bündnis von der Deutschen Steuergewerkschaft Nordrhein-Westfalen über die drei Steuerberaterverbände in Nordrhein-Westfalen, den Haus- und Grundverband Nordrhein-Westfalen, den Verband Wohneigentum Nordrhein-Westfalen. Also ein wirklich sehr breites Bündnis. Alle Betroffenen, die mit der neuen Grundsteuer zu tun haben, sind in diesem Bündnis vertreten.